Musik 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 Ich bin der Wohlfahrter Reinhard, aus Pizztal Viele sogar guschelt zu mir Spitz nach oben und wir sind auch im Riffelsee-Gebiet wie zeigt es Musik Der Riffelsee bildet das südliche Ende des Naturparks Kaunergrat Ist mit 2232 Meter der höchste Berg seit Tirol und einer der schönsten für mich sowieso Musik 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 Der Riffelsee bietet sich gut an zum Trailrunning Erstmal weil ein Weg um einen Seer geht Ein bäriger Trailrunningweg Und außerdem kommen von da aus noch viele Es gibt noch viele Trailrunning-Strecken in sämtliche Richtungen Musik 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 Der Riffelsee ist Erreichbar, entweder die Fuss für den Trailrunner sowieso oder mein Lift für die Die Buss bequemer aber mega Musik Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen ins Pferdenk Musik 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 Musik